Gute und Willkommen zu einer neuen Folge der Terra News. Ja, tatsächlich wieder einmal eine neue Folge der Terra News. Das habe ich jetzt plötzlich eher sein lassen, das sei jetzt egal. Sieben Jahre Terraconia. Es gibt eine Geburtstagsüberraschung bei Lea. Ja, und zwar da drüben. Ich war tatsächlich schon bei ihr, aber ihr geht einfach hin, habt mindestens mal zwei Schlotzen Inventar frei und klickt sie dann einfach mal an. So, da ich das schon erhalten habe, kann ich es euch schon mal zeigen. Ein Partyhut passend zum siebenjährigen Jubiläum. Und bunt beschriftet. Und natürlich der Terraconias siebter Geburtstagskuchen. Der auch noch euren Namen unten signiert hat. Ja, sieben Jahre Terraconia. Ansonsten gab es am Wochenende vor dem Jubiläum auch gleich noch einen neuen Server. Also nein, Lumenia ist noch nicht dazu gekommen. Der Server ist umgezogen auf leistungsbessere Hardware. Das ist am Freitagnachmittagabend passiert. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Bis zum nächsten Mal. Gude! Bevor ihr jetzt abschaltet, rechts habe ich noch zwei Videos für euch. Oben von YouTube für euch vorgeschlagen. Unten mein neuestes Video. Links könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Gerne die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. An dieser Stelle sage ich Gude und bis zum nächsten Mal.